Ich fand das eine großartige Sitzung. Ich finde, wir haben unglaubliche Projekte bekommen, die eben gerade deswegen auszeichnungswürdig sind, weil sie Vorbild sein können für dieses Thema, dieses Menschen zusammenführen, Zusammenhalt stärken. Und wir brauchen diese Vorbilder, wir brauchen die Öffentlichkeit. Ich bin auch ganz begeistert und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt.